die Störungen sind heute schon wieder sehr sehr schlimm aber wir lassen uns davon nicht irritieren wir machen weiter und spielt vorsatz vor uns liegen eine Pumpstation und ein Abwasserteich wir müssen die Tür öffnen er hat mir ein paar Minuten okay los okay ich bin gespannt ob wir mit der Waffe umgehen können wenn ein Gegner kommt drauf wir haben viel aus der Hüfte schießen noch ein bisschen mehr lalala ja ich will uns genau Yes sir. Gasmaske auf. Ich hasse die Gasmasken. Aber wir machen das Spiel deutlich authentischer. Ullmann, überprüfen Sie den Teich. Ich bekomme immer die interessantesten Aufträge, was? Hm. Einschalten. Das klingt schon mal sehr gut. Was tun wir jetzt? Da unten ist ein Durchgang. Unsere einzige Wahl. Wir müssen leise sein. Ja genau, lauf rück zu mir. Nimm nicht den da vorne. Nimm nicht mal zu recht. Lüften, hey. Ja. Warum auch den nehmen, der da direkt vor ein Spiel? Geh mal, halt. Mal weiter. Glüter. Korrekt alle. Äh, komm. Ich glaube, jetzt ist es gut. Ah, da, da. Mist. Ja, da. Eigeng equitable. F**k, wieder aufgängig da kommt hier Hm, ok Kommt hierher Gut Vorsicht Männer Vorscheiße Feuer frei Was? Wo? Ja, gehen Wladimir ist gestorben, ist ein Wirtschaftler, kein Soldat, sie sollten ihm folgen und beschützen Scheiße Okay Wladimir folgen und beschützen Was tun wir jetzt? Da unten ist ein Durchgang Und eine einzige Waffe Wir müssen leise sein Schau es, wenn Leute sterben könnten, dann Hättest du, dass sie verloren ist Blöder Wladimir, gar nicht, du verdammt Ja, ja Ja Wir haben den eh klar, ne? Ja, der hat zumindest glaube ich nicht Der wahrscheinlich Wer hat denn das ist, bladimir? Ja Ich bin mir aber nicht sicher Und das klingt ganz gefährlich Wad Kommt hierher Vorsicht Männer Vorscheiße Feuer frei Ohohoh Wir plänzen aber Wir plänzen aber Wir plänzen aber Das ist ja Wir plänzen aber Wir plänzen aber Wir plämmen aber Wir plämmen aber Nur Für die er hat mich nur wieder zu stark geatmet beruhigt das sich immer ein bisschen wenn man die maske abnimmt diese tür führt nach der 6 sieht ganz so aus sieht ganz so aus sieht ganz so aus scheiße abgeschlossen ich bin nicht überrascht irgendwo muss eine steuereinheit sein schau dir mal diesen raum er kann doch alle mit unter wir versuchen zu dir zu kommen in der zwischenzeit nach einem ausgang schau dir glück scheiße oh das läuft halt nicht direkt da Wo ist denn? Wow, was war das? Hälfte Nein Ich muss die F*** genau anschauen, oder? Hab dich schon gesehen? Okay, hier lang Ja, verpiss dich Shit, ey Verpiss dich Verpiss dich Ciao Ich hoffe nicht, dass es mich jetzt noch weiterverfolgt Wie ich das hasse, ey Oh, da ist die Melodie dazwischen Mann, ey Unheimlich, Leute Echt unheimlich Was ist das hier? Sieht schon mal sehr sicher aus Ähm, hallo Kann ich nicht drauf, oder was? Ne Ähm, ja Warte, so lange ich gesichert bin Eins Zwei Drei Und Unsere Munition wird auch noch mal weniger Boah, jesus, ey Wir sind wohl da lang Nur mal kurz zum Schauen Gut, hier kann man die Maske hier wieder abnehmen Oh Mann Leute Ich will ja nicht sagen, ob ihr seht jetzt nicht gesund aus Naja, hervorragend Mit mir hat er überhaupt Sinn Dein Du, misst mich, geiler Boah Boah! Mein Gott ist es! Woah! Woah! Leute! Oh! 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 Shit! Hab ich das so schocken ey! Kann mir doch keiner erzählen, dass ich es dir nicht Angst machen würde! Archer! Hier! Gott sei Dank! Du lebst noch! Wir haben Stefan verloren! Mist! Hey! Ruhe! Was ist denn? Ein Geräusch aus dem Tunnel! Hört ihr es nicht? Da kommt etwas! Was? Was? Wie der Fall... Hä? Voll Funktionstil dazu?! Was zur Hölle? Sieht nach einem automatischen System aus! Das schau ich mir mal an! Genau, geh du mal rein! Irgendwie habe ich ein ungottes Gefühl dabei Alles klar Es gibt keinen anderen Weg Ich gehe erstmal in den dunklen Abteil rein So bin ich halt Das sieht echt merkwürdig aus Das ist fast noch Gutes Das ist doch unheimlich Leute Wir waren jetzt nahe an D6 Kaun zu glauben Dass wir die legendäre Kommandozentrale Gefunden hatten Aber war das so viel Leben wert Bald würden wir die Antwort wissen Wir waren schon recht viele Jetzt sind wir nur noch vier Jetzt sind zwei, drei Leute gestorben Oh man Voll funktionsfähiger Zucker Ich glaube es nicht Oh, ich bin so aufgehört Ja, ich war ja Gasmasken, schnell! Artyom, nimm meinen Ersatzfilter Danke Ich habe so ein schlechtes Gefühl Und die Türen öffneten sich Oh man Los geht's Ich habe jetzt hier Voll Lack aus Echt unheimlich Ich denke mal, das hier ist richtig, ne? Nee, nicht? Verdammt, zwanzig Jahre ohne Wartung sind selbst für sowjetische Militärgebäude zu viel Passt also gut auf Besonders du, Artyom Hm, sieht sauber aus Der Kontrollraum sollte da sein Schauen wir mal Ulmann Wladimir bleibt hier und gibt Deckung Man weiß nie, was kommt Artyom, du kommst mit mir Jawohl, Herr Offizier Ich soll mit dir mitgehen? Ja, ok Oder? Ja Mit ihm Ich bin ja an sich immer beruhigt, wenn ich noch jemanden habe, mit dem ich mitgehen kann Leiderdings Es kann so gut passieren, dass die auch dann sterben Und das ist mir herum nicht so gut Aber, wieso so pessimistisch denken Oh Mann, Leute Ja, das sollte reichen Ob ihr wohl da einen Schlag abkriegen, wenn wir da rauf gehen? Ich wirst gleich aussehen Wir versuchen einfach rüber zu springen Oh, ja, regen wir Wollte ich gar nicht Genau, so hatte ich mir alles vorgestellt Diese Gebäude haben etwas Und zwar eine sowjetische Seele Aber was weißt du schon davon? Richtig, was weißt ich schon davon? Oh, oh, oh Und? Hier steht, dass es oben ein Luftfiltersystem für Notfälle gibt Diese Systeme wurden robust gebaut Gut möglich, dass es noch funktioniert Dann bräuchte ich mir jetzt keine Maske mehr Ich hab immer noch Angst, dass die kaputt geht Und wir dankmal voll sterben Ach, die könnten wir eigentlich so runterfahren oder was? Dann machen wir das nicht Das sieht ziemlich lustig aus Scheiße, wir haben kein Licht mehr Toll Echt gut So Na ja, wird immer noch so schwer Das geht mir ein bisschen auf die Nerven Aber das hilft mir nicht Hey Miller, was ist los? Nichts Gutes Wir haben zu sehr auf diese Maschinen vertraut Muss alles von Hand repariert werden Artyom, da ist ein Notstartsystem Geh nach oben zu diesem Vorsprung Ich sag dir dann, was du tun musst Das ist mir doch Was ist das denn da? Ja Artyom! Ja, hervorragend Natürlich mach ich das Ich mach alles Bin super Artyom Bin ganz unauffällig Erst alle öffnen? Okay Okay Ruhe Okay Dritte Knopf Wo denn? Da? Hä? Da drüben Gehen wir ins Rad Wo die verwirrt Welchen Knopf? Ziemlich ärgern Welchen Knopf? Oh Ich wiederhole Dritte Knopf Länger draufbleiben Erste Knopf Oh, das vibriert schon ziemlich Wenn das weiter so vibriert Dann haben wir ein Problem Ich hab das Gefühl, dass Dritte Knopf Ich hab das Gefühl, dass wir nicht lang genug drauf sind Zweiter Knopf Und wieder zweiter Knopf Stimme wie im Kennergang hier Das mag ich gar nicht Nein, wieso tue ich weg? Also es hat gereicht Und der Atme hat immer schwerer Das macht mich immer ziemlich nervös Wenn einer was tut Meine Güte Ja, ich drücke es Vierter Knopf Oh, Leute Wie lang soll das jetzt noch gehen? Geht doch Gut Ich hab's gewusst Ja, ja, ist so schnell Oh, gib mir so ein Gehaben auf die Nerven Hä? Oh, geil Ah, ja Weil wir die Luftdinger aktiviert haben Nochmal versuchen Scheiße Seht aus wie unser Menü Moment Ja Oh Hey, Oberst Was ist los? Wir sind fast runtergefallen Alles gut Artyom, wir rücken ab Genug mit der Ausrüstung gespielt Gut Wenn sie das sagen Ach, ist geil Wenn der Weg jetzt ein bisschen schneller gehen würde, wäre es ja in Ordnung, aber Na ja, nee, die Anlage ist Gebrei Vielleicht sind die eigentlich schon Schauen wir uns das unten aus Lass mir mal vor Ach, da sind die gegangen Oh, gehen wir jetzt hier? Oh Achso, da sind die Ich darf mitfahren Gott sei Dank Spaß, lass ich mir doch nicht entgehen Ui Was erzählen wir, dass das los Sieht schon sehr geil aus, ne? Find's nicht? Find ich schon Gott sei Dank müssen wir nicht den ganzen weg gehen Aber irgendwas fühlt sich hier falsch an Ich würde auch lieber gehen, als dass die vorne mehr ich Auch wenn es jetzt gerade lustig ist, weil Hallo, das kann ja Reinbrechen, dann sterben wir alle Und schön, ne? Da ist ein Gabelstabler, oder? Ha Sehr, sehr schön Hm, hm Ja, die Animationen Das ist schon gut gemacht, eigentlich Okay Soll ich jetzt aussteigen? Ja Ulman nach links Professor nach rechts Artyom, gib mir Deckung Wenn die Pläne stimmen, müssen wir dahin Aber wie können wir das Tor öffnen? Das ist der Professor, der alte Artyom Hm, ich darf nicht mal einfach nur dahin gehen Und hier mal wieder rumdrücken Nee Was sagt denn die Karte? Sag zu mir Tor Muss ich was selbstreden Reden lösen Okay Ist eigentlich hier so Hm Das will uns nichts bringen, glaube ich Kann ich das hier öffnen? Nee Nicht wenigstens russisch können, wüsst ich wenigstens russisch Was wenn? Ach, Ulman, los geht's Toll Das wollte ich lösen Ich war kurz davor, das zu wissen Cool Und jetzt leise Los Hier ist es ja bisher recht sicher Das war jetzt diesmal nicht mein Telefon Hier entlang Gut Ist das schon geil gemacht Was zum Teufel Ulman, bewachen Sie die Tür Wladimir Das ist dein Gebiet Was brauchst du? Wie so aus wie keine Bürostudie Boah Was gibt's denn hier zu tun? Das Kompi war jetzt noch schon alle unbrauchbar, oder? Oder erhe ich mich da jetzt? Anleitung A124 Seite 3 Platine DS22 Ah, genau Da Oberst, was ist das auf dem Monitor? Wunderbar Endlich, zahlt sich die Ausbildung aus Oberst, diese Bildung ist nicht mehr Tolles Gedächtnis, Wladimir Ich habe immer gesagt, dass die Armee etwas wert ist Es funktioniert Super Okay, ich glaube die Taschen im Brauch nicht mehr Erstens Gestorben Zweitens Zerstört Drittens Zerstört Das kann nicht sein Hier, hier ist einer Jetzt kriege ich alle Informationen Ausgezeichnet Oh Was zum Teufel ist passiert? Gerade ist es in der Sandhude Reservebatterie leer Nein Was ist mit dem Hauptstrom? Anscheinend ist der Reaktor deaktiviert Oh, jetzt darf ich das wieder machen Das können wir nicht starten Wir müssen ihn auf unterster Ebene von Hand starten Dem Plan nach ist das nicht schwierig Geht fast alles automatisch Hör auf zu lachen Wie kommen wir runter? Nun Eine Etage tiefer ist ein Aufzug Aber um ihn betreiben zu können Müssen wir alles andere ausschalten Sogar das Notlicht Dann haben wir keine andere Wahl Danke, Wladimir Bleib hier und pass auf Wir beeilen uns Artyom, Ullmann, mitkommen Ja, lass mir den Wischendachtel Alleine hier Ich meine, hä, kann ja nichts passieren Die Geister kann zur Art Kannst du also nicht verteidigen Das ist der Aufzug, von dem er redet Versuche den anderen zu treffen Fuck Scheiße Ich wusste, es ist nicht einfach Hier kommen die Söhne der Apokalypse Ullmann, Planänderung Sie verteidigen mit Wladimir die Stellung Wenn etwas passiert, schicke ich Artyom Viel Glück Ja, toll Darf ich mich erfolgen, wenn ich das so richtig gedeutet habe? Ja, habe ich richtig gedeutet? Toll Nein Wenn jetzt passiert irgendwas mit dem Aufzug Ich sehe es doch schon kommen Oh Mann Hört ihr das? Oder bin ich jetzt verrückt geworden? Wie geht's dir? Dann halt nicht Was ist das? Ah, wir sind versunden Kann das ganze Teil lang loben werden? So, ja, gehe ich schon raus Einen Ernst, können wir es genauso wieder machen? Das ist doch lang loben Verdammt Der Aufzug ist da hinten, aber die Tür ist zu Okay, wir müssen außen herum Vorsichtig Wir decken uns gegenseitig Sieht für mich giftig aus Oh, ja, warte, wir probieren es aus Das ist giftig aus Stopp Stopp Oh, ja, warte, weißt du Das ist giftig mit Pohmisch, oh Hol Uwe, man muss mich ja auch noch mal Und ich habe das Das ist das Das ist das Das ist das krass aufladen Er ist tot, ja, das dachte ich mir schon. Selbst Erbrauch manchmal ihre Hilfe, ja, das dachte ich mir schon. Aber, um jetzt mal ganz ehrlich zu sagen, er kriegt unsere Hilfe am nächsten Mal. Ich habe jetzt gerade keine Lust mehr. Ähm, ihr merkt schon, ich werde auch gut ein bisschen leiser. Aber weniger sagt, es liegt daran, dass ich auch langsam ein bisschen müde werde. Deswegen, bis zum nächsten Mal. Tschööö und tschöööö.